Hallo Leute zu einer Folge Rocket League und Tim und ich haben uns lange warm gespielt jetzt und jetzt haben wir mit guter Laune, holen wir uns endlich mal wieder ein paar Punkte. Das hat Josch gesagt, ich bin da ganz anderer Meinung, aber... Du machst das schon, du hast jetzt schon, es läuft schon so viel besser als vorher, ne? Ja, aber ich habe immerhin schon mal Punkte bekommen, das ist schon mal ein Anfang. Ja, guck mal, ich mache einen richtig coolen Flieger. Ach, ich dachte mir, wir spielen Tony Hawk. Ach so, ich habe das Spiel immer falsch verstanden. Ich dachte, es geht um den Ball irgendwo hinzubringen, aber man muss... Du musst so ein bisschen so Uberschlage machen. Alter, wie die hier am rumfliegen sind, die beiden. Ja! Ja genau, Josch, du machst es, ich... Oh, Pitches! Ja, genau, Knödelin! Ah, schade, jetzt haben wir uns natürlich... Okay, ich hole eben Boost, dann komme ich auch dazu. Äh, das ist gefährlich. Nein! Na, ärgerlich, ärgerlich. Und hier macht jemand Schleichwerbung für seinen Twitch-Stream, also das ist... Ne, das geht hier gar nicht. Das finde ich gut. Spasti. Haben ihn noch berührt! Ja, würde mal sagen... Safe! Der ist drin! Die behindert zur Vorlage ever! Das ist jetzt frustrierend. Ja, ich habe zwei harte Rettungen gehabt, wobei die zweite leider direkt die Vorlage war für das 1.0. Ja, hey! Egal! Hauptsache wir haben Spaß und machen den Streamer da fertig. Genau. Immer auf den Streamer. Genau, außer wenn ich streamer... Weil, denkt dran, er hat eh Scheiß-Internet, wenn er gerade was am Streamen ist. Wobei das bei denen... Alter, der hat 76er-Ping! Leute! Zack! Bam! Aus der Luft! Ja! Oh mein Gott! Ah, schade! Aber der kommt noch, der kommt noch. Komm, Josch! Ich bin daneben gesegelt, aber ganz knapp. Mach du ihn noch! Oh! Wir hätten es überhaupt machen können, ne? Ah, knapp, dann hier ist auch vorbei. Okay, du hast den Boost, ne? Oh mein Gott! Ah, da geht's! Okay, gut. Da war der einfach nur Scheiße. Ich will einfach alle vom Tor rumspringen. Oh ja! Gönn ihn dir! Oh, da gönnst du den! Oh, du schlägst ihn genau auf sie. Nein! Ja, okay. Nein! Ärgerlich! Ärgerlich! Komm! Immer diese Twitcher! Ah! Frechheit! Ja, gut. Wir sprechen jetzt einfach nicht weiter drüber. Tät! Deiner! Hast du da mit? Jawoll! Parade! Und er fliegt schön! Der fliegt schön! Der safe! Und ich krieg ne Vorlage! Ja, nice! So, guck mal, wie geschmeidig er fliegt! Ganz gemütlich! Ganz gemütlich! Okay, jetzt bin ich wieder dran, ne? Also bin ich überhaupt generell immer dran. Schaut zwischen Buh! Zehn Punkte, Bitch! Okay, erstmal den Boost holen. Okay, er auch. Okay. Na, sicher! Ich spiel ihn selber rein! Wie schlecht bin ich eigentlich? Guck das mal an! Auf der Skala von 1 bis 10, würde ich sagen, richtig scheiße. Auf der Skala von 1 bis 10, 90 Punkte hinter dir. Ne, find ich nicht lustig. Also, ich kann das nicht dulden hier gerade. Mach ihn mal rein! Dann ändere es! Ich will ja nur, dass du jetzt einfach mal noch ein Tor schießt. Ach so! Ich hab gehört... So einer bist du! Ne, du, du, mach, mach du mal hier! Du kriegst auch eine Vorlage von mir und... Okay, dann mach rein! Bitte! Bitte! Ja, was soll das denn werden? Da streichelt selbst meine Oma Pelikane besser als du, als du sie gerade zu hast. Deine Oma streichelt Pelikane? Hauptberuflich? Kann ich jemand kennenlernen? Ja, schon ganz cool. Deine coole Oma zu sein. Boom! Natürlich! Oh mein Gott! So, komm, jetzt den Wald vor. Nein! 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 Ja! Weg damit! Unverdient nicht drin gewesen, aber... Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Uh! Und er geht rein, der geht rein, oder? Leider nicht. Nein, daneben! Ja, die Perspektive täuscht manchmal. So, wo ist er? Ja, spielen rein! Mitte, Mitte, Mitte! Die andere Mitte? Nein, ich spiel nicht rein. Ich verpass ihn. Okay, dann... Nein! Ich dachte, er kommt näher in die Wand. Okay, dann fahr ich mal übers Tor, rüber. Oh weh, oh weh. Äh... Boom! Das war alles geplant? Dass ich genau diesen Ball so treffe dann? Doch, das... Pst, das war geplant. Gefunden auf Otto.de. Dieses Video wurde... Gefunden auf Otto.de. Oh, äh... Mach ihn! Save! Genau, du... Na, als ob, wie scheiße bin ich denn im Hirn? Alter... Ja. Komm, komm, Josch! Ach, jetzt ist er nicht da. Was? Was? Immer dasselbe mit dir. Was? Dritte... Äh... Ne, keine dritte Vorlage. Was? Ich hatte eine Vorlage nicht? Ja, wie frech. Ja, echt, ey. Pimmel, ey. Aber es ist schön, dass ich jetzt mal vor dir bin auf dem Scoreboard. Habe ich nichts dagegen, das könnte öfters so sein, allerdings... Äh... Wie... Wieder so gut wie früher. Und dann ist alles gut. Hm, wenn du da vor mir bist, dann bin ich eigentlich auch zufrieden. Komm. Den noch rein. Ja, dann hättest du auch mal reinmachen können, ne? Du kleiner... Ja, ich denke. Ah ja, okay, der sieht nicht schlecht aus, aber er ist halt schon scheiße gewesen. Also... Diese Inkompetenz kann ich einfach nicht dulden. Wie soll ich denn da... Bin ich auf, bin ich auf. Ach komm, fickt euch doch. Dann geh ich halt in die Ecke hier rein. Oh. Ja. War gut. Super. Den habe ich leider verpasst. Okay, ja... Ja, den kannst du eigentlich ganz gut wegspielen, ne? Ja, ich komm... Ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Äh, ich bleib mir hinten, wenn der jetzt rausspielt. Okay. Alter! Es gibt jetzt wahrscheinlich Nachspielzeit. Also ziemlich sicher Nachspielzeit eigentlich jetzt. Dein... Schaff jetzt in zwei Sekunden ein Tor. Mach es, mach es, mach es! Nein! Oh, das wäre so geil gewesen. Das Tor war frei. Das wäre cool gewesen. Ernsthaft. Zack! Oh nein! Nein! Kein Pimmeltor! Nein! Es ist so eine Pimmelkacke, ne? Oh, das ist ja wirklich traurig. Da kann ich nur eins schreiben. Biggie. Ja, komm weg damit. Gut, dann nach diesem grandiosen Spiel mit unerlaubter Schleichwerbung. Er kauft, der hat wahrscheinlich nur seinen scheiß Twitch-Rang hier ausgenutzt. Echt, ey. Streamer-Rechte, ey. Streamer-Rechte, ey. Ja, der Ball fällt immer Richtung Gegner-Tor nach dem Anstoß. Ja, sowas hat er wahrscheinlich gehabt, ey. Pimmel, ey. Oder ein Aim-Bot. Gibt es sowas für dieses Spiel? Schreibt es in die Kommentare! Ja! Der war früher ran, als ich wollte. Weil der den Monster-Kalik rausgespielt hätte! Der ist jetzt in der Mitte. Komm, los! Josch! Nein! Oh, Tim! Nein! Nein! Hab es! Ja! Ja! Endlich! Ich habe keine Vorlage bekommen. Ja, easy. Alter, der macht hier Ping-Hack. Der hatte gerade einen 300er Ping-Hack, als wir haben noch einen 20er. Hab ich gerade auch gesehen. Eindeutig! Smart Beast. Ja, als ob wir gegen einen noch höheren als einen legendären Typ hier spielen. Guck dir das mal an. Der ist Rocket hier. Ich weiß nicht, den Rang kannte ich gar nicht bis gerade. Oh! Oh! Was ist das für ein Rang? Keine Ahnung! Also, ich glaube, der hat ein paar viel mehr Spielstunden, als wir. Also, ich hole mir mal erstmal ganz gemütlich Boost. Komm, in der Mitte? Ja, das wäre zu einfach. Ja, du machst es nicht da, ne? Ich wollte ja Boost haben. Boost war mir wichtiger als ein Tor. Ich bin eine Boost-Schlampe. Weißt du doch. Jetzt machst du den dann halt rein. Nein! Ach, bitte! Diese scheiß Wallbang-Rechte hier. Diese Rocketeer-Rechte. Also, so eine Kacke, ey. Das ist alles, ja. Okay, ich muss vor das Tor. Nein! Nein! Ja! Wir haben es selber vermasselt. Das finde ich sehr schön. Komm, jetzt rein, jetzt rein. Nein! Was tue ich da? Oh mein Gott! Der dritte Schuss und ich vermassle es einfach mal. Ziemlich Hardcore! Boop! Alter! Und ich krieg keine Vorlage! Ja! Das... Das... Okay, also... Jetzt... Das, äh... Ich fühl mich jetzt verarscht von dem Spiel. Oh, ja. Ragequid. Wallbang ist, äh... Auch... Raged grad ein bisschen. Bitch! Delete! Lief! Hahahaha! Echt, ey! Ja, Noob! Report! Hack! Wann, äh... Fick dich? Den Ball werden wir nicht kaputt hauen! Nein! Komm dabei, komm bitte! Ja, ich war halt auf Agro-Kurs, äh... Zu zer... Fleischen. Ja, Mensch! Das, äh... Darfst du doch nicht, äh... Äh... Machen, äh... Ja, äh... 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 Soll ich jetzt gehen? Dingssicht? Ja, sehr schön! Genau! Äh... Und... Bam! Äh... Darf ich bitte mich wieder richtig hin? Oh! Als... Oh! Ich hab erst mal zur Seite gespielt noch irgendwie, glaub ich. Ja... Ein bisschen. So... Ja, nochmal drüber gespielt? Nein! Sag mal, wie... Wie... Das ist jetzt, äh... Gerade sehr schöne Bälle, die die hier teilweise auch von der Luft abfangen. Mh... Nein! Er hat zaffeln! Der war nicht so schön! Ich bin gesprungen, Mann! Und dann drunter hergerutscht! Alter! Also drüber rutschen kenn ich ja, ist ja auch ganz angenehm mal zwischendurch, ne? Aber drunter herrutschen, das ist ja schon irgendwie so ein bisschen, äh... So ein Wischigwasching, ne? Ja, unter aller Sau, ne? Also unter aller Sau ist sowieso dann ganz hässlich. Äh... Wie hab ich den berührt? Ich hab ihn berührt, immerhin. Äh... Äh... Uff! Alter, hast du was gesehen? Wir führen erstaunlicherweise... Hast du was gesehen? Ja. Ich bin so voll drauf gerutscht und, äh... Musste halt stehen bleiben und hätte ich ihn selber reingemacht. Und... Ohhhh! Okay, ich weiß nicht, ob ich ihn reingemacht hätte. Hupsala! Geh ich noch mal durch drüber rutschen? Warte, wenn du im Tor liegst und keiner überhaupt ansatzweise in jedes beides ist... Let's tap! Ja, klar! Und ich vermassel's wieder. Buuu! Ja, sehr schön, Josh! Hat-trick! Ja! Ist schön, dass du's auch mal ein paar vorisch hieß, wenn nicht immer nur ich. Ich kann's auch noch! Wie die beiden rückwärts fahren? Ja, ich fühl's nicht ganz seit Flame! Finde ich schön, finde ich schön! Oh Mann, ey! Heute... Heute die Folge zwischen Flame und... ...Fucking Werbung. Bei O2D! Gefunden auf O2D! Oh Mann, gut, dass wir wieder gute Laune haben können, weil das Spiel wieder läuft. Ja... Ah, und ich... Aber ich vermassel's jetzt immer noch. Meiner! Gehalten! Niveau ist gleich bleiben. Ja, ich bin wieder auf meinem alten Niveau. Nein! Nein! Ich hab's gegenseitig vermasselt! Nein, ich bin nur drüber geflogen. Ich hab ihn, glaube ich, noch niemals berührt. Echt? Sicher? Sicher? Ja... Er war... Er war dazwischen noch. Nein! Sehr schön! Safe! Nein! Ich bin wieder... Wieder drunter hergerutscht! Also, ich hab's aber heute, wenn wir drunter herrutschen. Boah! Ich hab mal zur Seite rausgehauen. Ja, ja. Mann! Wie der ganze Zeit... Also, den rüberlupft. Aber so ganz pimmlig. Wieder erstmal in die Ecke. Nein! Nein! Er geht in Richtung Tor! Okay, okay. Boah! Kennst du das, wenn du so... Weil du hoch springst und denkst, du triffst den Ball nicht. Dass du dann einfach, äh... nochmal gegen geschubst. Ähm... Ja! Egal! So oder so, äh... Also, dass du dann noch mit dem Körper so mitwippst. Weißt du? So in die Richtung, wo du springst. Okay! So oder so, äh... Danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute! Ciao, ciao! Hier d'. Tschö. Ciao! Wir sind für Sie. Beim Swcherseth! Ist sogar, wie er gerade auf Fl되는 ist. Delete the game! Baddest teammate! Du alcune. Du alcune... Du alcune alcune me... Umrak...! Tidiert. Hahahaha!